So, grüß euch. Wir spielen wieder Portal 2. Matthias und Matthias. Hallo. Grüß euch. Ja genau, wir kriegen Sie auch dabei. Und da unten wird es weitergehen. Und wir waren noch nicht fertig? Nein, da waren wir noch nicht fertig. Das hat uns ziemlich fertig gemacht, aber wir waren noch nicht fertig. Schau, da haben wir erst zwei geschafft. Geh, wir waren da viel gut. Kann ich mich erinnern. Nein, da waren wir nicht so gut. Das weiß ich auch noch. Ich schon, aber du nicht. Wir haben zwei gelbe und zwei blaue. Das heißt, zwei hast du geschafft und zwei wie geschafft. Nein, wir haben nur jeder die ersten Frage gemacht. Glaubst du? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß das voll. Kumulierst du das nicht? Nein, da kumuliert gar nichts. Das war gemein. Ich will spielen. Was ist da los? Ja. Endes nicht so lang. Nachdem du jetzt eh so lang krank warst. Fang einmal an Matthias. Ja, ich hab's eh schon wieder fast fertig, die Level. Wie wenn du nicht krank gewesen lagerst. Nein. Du hast nur durch den Krankenstaun. Richtig. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Genau. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Wieso? Hörst du das? Wieso? Und was geht's denn da schon wieder? Ja, weißt du ja wieso Bess bist zu mir. Schieß nochmal da rauf. Ja. Nein, da kann ich nicht rauf schießen. Sicher. Danke. Nein. Kann ich auch, aber es passiert nichts. Wie ist das? Was ist denn? Da unten ist... Nein. Was macht denn der Schalter da eigentlich? Was für Schalter? Ah, da fährt er jetzt da runter. Scheiß, kannst du da durch passieren, oder? Genau. Aber da ist ja nichts dahinter. Was? Ach so, da müssen wir sich dann da reinfallen lassen. Ja. Ja, das... Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Aber mir wird er nicht glauben. Dann kannst du ihn da hinschießen. Ja... Das hilft mir aber noch nichts. Sicher, dann fahren wir da um mich. Ich hab aber nichts, wo ich mir den blauen Strahl holen kann. Ja. Ja, fahrt ja nicht jetzt da da rein in der blauen Strahl. Da kann ich kein Portal setzen. Wirklich nicht? Was ist denn das dann? Das ist einfach... Einfach nur so eine Wand... Und... Wo muss ich drücken, dass ich deine Ansicht ziehe? Auf Tab, oder? Ja, genau. Warte, zeigen wir uns das mal. Wir schauen das aus von vorne. Ah, ok. Was bringt das dann? Was ist denn das? Ja, schau mal. Da unten haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. Also dann renne ich mal da runter und schau, was passiert. Hey, da ist eine Treppe. Wo kommt denn der her? Ja, das ist nur damit du wieder runter gehen kannst. Wir haben... Nein, wir haben da nirgends Portale, wo wir das... Ach so. Wo? Da ist ein Companion Cube! Ja. Da sind wir im Alp zusammen, wenn wir uns eingefallen. Ähm... Da sind wir im Alp zusammen, ja. Ok. Wie kommen wir raus? Wo bist denn du schon wieder raus? Warte mal. Wir haben wieder was raus. Warte mal. Nein, ok. Da kann man... Also man kann da mal nicht... Na, das habe ich auch schon probiert. Das hat nicht funktioniert. Das ist eigentlich relativ schade. Da war ich eigentlich schade. Eigentlich ziemlich schade. Scheiße. Was bringen sie jetzt die Dinger da oben jetzt wirklich eigentlich? Naja. An dem Ding stehst du noch an und das ist genau in einer Flucht. Mit... Ah, mit dem da. Ok. Alles klar. Das heißt, sie müssen nur in das blaue Schwurbelding kommen und da raus schwurbeln, oder? Ich überleg grad, wie wir da hochkommen. Ich bin mal da auf Matthias. Ja, überleg grad. Muss ich mir da ein bisschen umschauen im Level. Aber es gibt da... Ich gebe dir irgendwie keine zweite... Ich gebe dir irgendwie keine zweite... Ich glaube, da muss die... Ja, wir gingen das voll voll schon. Was? Es war mir einfach... Ja, dann wirst du einfach sterben. Was bringen wir uns an der Würfel da eigentlich? Hey, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab irgendwie eine Zoomt. Ah, warte mal. Ich hätte vielleicht eine Idee. Vielleicht. Ja. Schauen wir mal, ob das geht. Ah, wir fahren auf und dann lassen wir uns runterfallen. Ja. Wir fahren da auf, wir sind die Decken und dann lassen wir uns runterfallen und dann springen wir irgendwo raus. Ja, genau. Dann springen wir da raus und dann musst du nämlich da raus fahren und dann fahren wir um mich. Genau, das heißt... Du machst das, oder? Du fährst auf und ich schierst dich um mich, okay? Ja, super. Warte, dann brauchen wir aber eventuell meine Portale da, oder? Kann das sein? Damit... Ja, das war... Funktioniert auf jeden Fall, aber du weißt... Genau. Okay, weil ich springe jetzt nur meine, ich soll in mein Portal, dann kann ich das besser timen. Du bist schon oben? Ja, du bist oben. Ich fürchte mich so viel, du lässt mich jetzt sicher sterben. Ich lasse dich so sterben. Arsch. Das wird jetzt echt schwierig. Warte, pass auf. Bist du schon da? Es funktioniert nicht, wenn du mir beide Portale wegnimmst. Das geht nicht. Achso, ich werde zu schnell in den Weg gehen nehmen. Spring nochmal rein. Nein, wenn du's blau ersetzt, funktioniert das nicht. Nein, ich hab's nicht wundert. Ich hab's nur zu schnell weggetan. Ich hab's nur zu schnell weggetan. Achso, ich werde zu schnell in den Weg gehen nehmen. Probier's nochmal. Probier's nochmal. Probier's nochmal. Probier's nochmal. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ich mach dir nur einen Zweck. Ja, aber... Erstes Mal. Und dann schießt sie voll raus. Super. Ja, okay. Okay, eigentlich hol ich die wieder einschießen. Fühl's langsam. Okay, warte. Was ist einfach, wenn du... Okay, pass auf. Du machst das und das, wenn du oben bist. Was mach ich? Das? Genau. Du machst das da. Und dann machst du da Portale hin das andere. Okay. Dann fallst du nämlich runter. Warte, ich muss schauen. Ich brauch das Dunkle. Okay. Schieß einfach dorthin und dann mach ich meins. Ja, ich muss zuerst mal treffen. Ha, voll drüber. Du bist drüber gefahren. Ja. Und zwar musst du jetzt einfach da hergehen. Und musst mich da abfangen, damit... Ah, ja, das ist ja schlau. Eben. Weiß ja, dass ich so schlau bin. Warum hab ich mich schon gefragt, was wieder schalter gut ist. Und ich hab mich schon gefragt, warum ich so schlau bin. Warte, das bauch ich aber... Okay, warte, jetzt muss ich meins wieder zuerst einmal da hin bauen. Fahrst du schon rauf, oder? Fahrst du rauf, oder? I'm on the road again. Ja, ähm... Wenn du da befallst, mach ich das andere Portal um. Du musst aber jetzt zuerst einmal runtergehen von da. Äh, warum? Weil ich sonst nicht durchschießen kann. Ah, du kommst da gerade nicht hin, oder wie? Ja, genau. Da komm ich momentan nicht hin. Weil es ja ganz schön knifflig. Okay? Ich sag, du brauchst ja nachher nur einen Schritt auf die Zeit machen. Ja, eh, du eh. Das ist Multitasking und das ist schwierig. Achtung. 3, 2, 1, los. Hat nicht funktioniert. 3, 2, 1. Es ist nicht runtergefahren. Ich bin falsch gestanden. Es tut einmal auch nur einmal. Nochmal. War fast nicht zu erwarten, dass das fast aus. Es ist nicht runtergefahren. Ah, du brauchst mein Portal wieder, gell? Das war nicht schlecht, ne? Ich weiß, wir hab' immer das da dahin da. So. Okay, ich geh' nicht einen Schritt nach vorne. Das ist vielleicht aus der Seite. You not say. Dass ich nämlich wo hingehe. Okay, Alter. Achtung. 3, 2, 1. Äh, bei mir hat's alles aufgehängt. Bis du, du wirst, ich war, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Oh, mein, mein, spürst du nicht so viel geht. Ja, genau. Es hängt bei dir, ich weiß nicht. Nein, nicht immer. Machst du mir bitte wieder ein blaues Portal da unten. Hast du das nicht mehr? Nein, das habe ich nicht mehr. Das hast du nicht mehr. Das habe ich gar nicht weggetan. Ah, ich habe mich gefallen. Warte auf mich. Ich komm schon. Ich glaub, schaffen wir heute mehr als den Raum. Geh, wir wissen schon wieder so viel schaffen. Nimm dir das immer so wie vor. Ja, was dir ein bisschen Stress machen oder so. Ah, Stress ist so. Also. 3, 2, 1, go. Jawohl. Hart, hey. Jetzt haben wir's geschafft. Ja. Aber wenn ich dann wieder daneben gestiegen bin. So. Ich schmeiß dir den Cube da oben. Zu Boden hin? Was? Was tue ich denn damit? Ah, den lege ich dann auf dem Schalter, oder? Oder brauchst du Hilfe? Nein, 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 nein. Das schaff ich. Schaffst du es allein? Sag mal so. Mit was? Mit E, oder? Ja, mit E. Dann hast du alles vergessen. Ja, wann haben wir uns erst einmal gespielt? Das ist zwei Wochen her oder so. Oder drei. Passt. Setz du dann... Ja, ja, ich kann das. Jetzt müssen wir's genau umgekehrt machen halt. Nein, das wird nicht hinhauen. Warum nicht? Ah ja, weil das jetzt wieder im Weg ist für mich, dass ich da nicht hinschießen kann. Ja. Eben. Wir müssen das... Nein, warte mal. Das müsst ihr aber eh dann passen. Schau her, warte. Ich setze da dann mein hellblaues hin. Und du musst aber dann da da hinten der rote Sinn machen, damit das wieder mich um mich nimmt. So, dann mach ich's runter. Ja, genau. Ja? Auf, auf, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Ja, optimal, oder? Wohin. Ich könnte jetzt noch mal Götzschweck nehmen. Ja, das ging ja da, Theorie. So ist für diese Tests... Und dann brauchen wir nur Leckhänger. Aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Ich glaube, uns kann man nicht einmal allein vertrauen. Da hat die Glaubers ganz recht, dass wir im Zweierpack nicht verbrauchen. Okay, was gibt's denn bitte vertrauenswürdigeres? Das ist ein Doppelpack, Matthias. Das ist richtig. Das hast du allerdings auch recht. Das stimmt. So, was denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Lade-Screen ist. Das läuft aber ganz schön viel, das Spiel. Ja, du brauchst schon wieder so lange. Nein. Die Blödsinn. Einfach mal Portal setzen, oder? Die Portale sind... Das Spiel heißt schon Portal. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Das ist richtig. Das ist richtig. Das, du stirbst wieder. Nein. Du willst nicht. Schon. Ich bin verarschend. Das ist richtig. 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 Wie ist man hier eigentlich. Bin gerade verwirrt. Ja da hau... Ah, da hau.. Ah da hau war schon mal gar nicht schlecht. Da ist ein Laser. Wo? Da. Scheiße, da hätten wir hin sollen. Ja, weil da geht es nämlich nicht weiter. Auch da können wir rein. So. Was ist denn, wenn wir da reinfahren? Hey, warum haust du mich runter? Weil ich eine bessere Idee habe. Da wäre es wohl hingegangen. Warum willst du da nicht rein? Ja, du brauchst jetzt da eigentlich nur... Ja, das haut gut hin. Da fährst du gegen die Wand. Mit Meilen wärst du in das Loch eingefahren. Oder was? Spürst du ja gar nicht Matthias? Nein. Da, fahr da rein. Dann siehst du, was ich meine. Hau mich nicht. Okay, da stimmt's eh nicht. Da stimmt's. Jetzt vorher. Und jetzt? Jetzt hau ich dir dann gleich runter. So wie du mich vorher. Was treibst du da eigentlich? So, und jetzt bist du irgendwo, wo wir nämlich noch nicht waren. Ah, ja. Hörst recht. Ja, genau. Ja, warte. Da können wir dann... Ich schau mal mit, was du da drin hast. Ah, da ist der Würfel für den Laser, oder? Nein, da ist kein Würfel. Also nein, da muss man eine lasern. Ja. Du hast das Portal für den Laser auf. Also du musst... Ah ja, du musst lasern. Ja, du kannst eh wieder rauskommen, jetzt wo du dein Portal gesetzt hast, oder? Nein, das ist keine gute Idee, glaube ich. Glaubst du? Na ja. Dann sag mal, wie ich zum Laser hinkomme. Wobei... Ja, zum Laser kommst du ganz einfach hin, indem du einfach... Wo stehst du denn überhaupt? Ja, unter dir. Unterhalb von dir. Ja, katapultierst du mal auf die andere Seite. Glaubst du, das bringt was? Ja, sicher bringt das was. Ah, da ist eh offen. Ja, dann ist es leicht. Eben, da braucht es nur da und da... Ja, oder so geht es auch. Nein, das ist nur falsch. Da wo die vier kleinen sind, da muss ich einen. Du musst jetzt nur schauen, wie du nachher deine Portale setzt, damit... Damit du zu mir umlasern kannst. Achso, nein, aber das kann ich auch machen. Das ist nicht so... Das ist ein Schalter drinnen. Was ist ein Schalter? Ich schaue, was er macht. Ich drücke mich auf den Schalter, pass auf. Ah, dann kommt der Würfel raus. Wo, wo? Ja, wo, wo? Ja, in der Mitten. In der Mitten? In welcher Mitten? Ich habe es nicht gesehen worden. Der ist einfach runtergefallen. Da, da. Der ist runtergefallen? Ja, sicher. Der ist runtergefallen. Da, da. Da, da.